Die Enttäuschung ist natürlich nach wie vor groß, wenn wir über den DFB-Pokal reden. Und das Ausscheiden dort, auf der anderen Seite steht morgen ein anderer Wettbewerb an. Eine Bundesliga bedeutet im Fußball dann immer relativ schnell, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und das ist nach einem Ausscheiden in einem DFB-Pokal so, den Fokus wieder auf die neue Aufgabe lenken, auf Dinge, die wir besser machen wollen, die wir schon besser gemacht haben. Und genau das war auch der Tenor gegenüber der Mannschaft. Natürlich nochmal klar aufzuzeigen, dass wir dort eine große Chance vertan haben. Und die Art und Weise, wie wir sie vertan haben, dann einfach auch nicht gut war, schwach von uns. Und Dinge, die wir besser machen wollen, die wir vier Tage vorher hervorragend gemacht haben. Die Forderung, an den Dingen zu arbeiten, nachhaltiger zu werden, konstanter zu werden in allem, weil wir ja auch festgestellt haben, dass uns dieses Thema dann schon eine ganze Weile begleitet. Das war's. Das war's. Vielen Dank.